Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Wochenbeginn, Montag, 12. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 328 und ich habe die folgenden Themen mit für euch. FBI, Tastaturen-Patent, Lightning in Wasserdicht, Snapchat-Übernahme, lassen wir weg, Outlook, Wir OS und Deutsche Bahn. Na dann, beginnen wir gleich mal mit dem FBI, denn dieses soll über einen längeren Zeitraum hin Geld bezahlt haben, wenn ein Techniker einer gewissen Firma einen Computer repariert und darauf belastendes Material findet, belastendes Material im Sinne von Kindesmissbrauch, also Bildern von Kinderpornografie etc. Grundsätzlich ja gut, wenn man sowas aufdeckt, aber komisch, wenn man Rechner zur Repertur gibt und dann derjenige, der daran rumschraubt, gleichzeitig auch noch deine Daten durchleuchtet. Ziemlich unschön und sicherlich auch nicht ganz sauber, denke ich doch mal. Aber ja, FBI, da gibt es nicht viel dazu zu sagen, immer wieder mal. Apple meldet ein Patent an und zwar soll das Patent etwas bringen, was man beim Smartphone und bei gewissen Tablets schon länger kennt, nämlich die Wasserdichtigkeit und die Möglichkeit, dass da Schmutz reinkommt, Staub und alles andere mögliche, was nicht reingehört. Die Tastatur für ein MacBook in diesem Fall wurde soweit entworfen, dass eben es nicht möglich ist, dass da Krümel und Staub und was auch noch alles andere mögliche da reingehen könnte, ins Inneren des Rechners gelangen kann. Geniale Idee, aber wie immer bei Patenten, nicht nur bei Apple, muss das zuerst mal eher auch in ein Produkt kommen. Ich hoffe doch bald, weil es wäre mal eine sinnvolle Geschichte. Ob das andere auch sinnvoll ist, ist ein zweites Patent und zwar Lightning Adapter in Wasserdicht. Der ist es aktuell noch nicht und deshalb hat Apple da, wie er Patently Apple herausgefunden hat, ein Patent eingereicht, in dem oder bei dem es darum geht, eben den Lightning Port oder das Lightning Kabel wasserdicht zu halten. Beschrieben wird das, wenn man zum Beispiel taucht, damit man die Tiefe, die Temperatur und Zeit angeben kann. Wäre ich jetzt bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen, beim Tauchen das iPhone mitzunehmen, aber wenn es dann mal möglich ist, weshalb nicht? Oder auch doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein weiteres Patent. Mal schauen, ob es das in näherer Zukunft auch in ein finales Produkt schafft. Dann gehen wir über zu Outlook. Da gibt es auf der Android-Seite wie auch auf der iOS-Seite ein schönes Update, denn endlich ist es jetzt auch möglich, auf eben Android- oder iOS-Seite einen Anhang in euren Termin anzuhängen. Ein Ding, was bei Microsoft schon lange möglich ist, ist jetzt endlich auch auf dem mobilen System, die es noch gibt, möglich. Das heisst, ihr könnt einem bestimmten Event oder was auch immer irgendeinen PDF oder sonst eine Datei hinten dranhängen. Wer das braucht, kann das jetzt eben über die genannten Systeme. Bei Android bleiben wir und zwar bei Android Wear. Das Betriebssystem, auf dem Smartwatches aus dem Android-System basieren, könnten bald anders heissen. Aufgedeckt wurde das vor kurzem über Reddit. Es soll nicht mehr Android Wear heissen, sondern Wear OS. Eigentlich sinnig. Und ja, auch vom Logo her sieht man, wo sich das Ganze aneignet, nämlich Google-nah. Da ja mittlerweile schon seit einem Weilchen möglich ist, dass man die Wear oder Android-Ware-Geräte auch mit iOS verbinden kann, definitiv kein falscher Weg, denke ich doch mal, mit diesem Rebranding. Zu guter Letzt gehen wir zu der Deutschen Bahn. Die testet nämlich das Reisen ohne Fahrtenkontrolle. Das heißt, bevor ihr unterwegs seid, also ihr kauft ein Billet, ganz normal, digitalen Weg, habt das Billet dann auf dem Smartphone und könnt euch dann in der Navigator-App von der Deutschen Bahn vorab einchecken quasi als, ja, ich trete die Reise an. Dadurch gibt es gleich eine Meldung ans Terminal und diejenigen, die das kontrollieren, sehen dann, ob die Tickets auch gelöst sind oder gebucht sind, wie auch immer. Und es ist nicht mehr nötig, dass da unbedingt noch ein Schaffner hinzugezogen wird, der dann die Fahrten, also die Billet kontrolliert. Sehr praktisch für diejenigen, die weit und lange, vor allem auch früh fahren müssen und den Zug gerne dazu nutzen, um auch noch ein bisschen zu schlafen. Schlafen? Ich denke, daran können die meisten von euch aktuell nicht denken, denn es geht los. Montag, die Woche hat begonnen, euch einen erfolgreichen Start in eine neue Woche und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis dann, tschüss. Hört mehr Geektop!